Hallo, ich bin der Stadino, stellvertretende Leitung der Intensivstation. Elf Jahre hier im Haus und ich möchte euch natürlich zeigen, warum man sich hier bewerben sollte. Dann schauen wir mal. Natürlich wegen der schönsten Aussicht hier. Nein, es gibt noch mehr. Gehen wir mal auf Station. So, dann nehme ich euch mit auf die B4. Mal schauen, ob ich hier jemanden finde. Hallo Mann, hey Danilo. Wie lange bist du denn eigentlich schon hier? Ich bin jetzt neun Jahre hier. Wow, das ist eine lange Zeit. Was hat dich denn so lange gehalten? Also mir gefällt besonders gut die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Ja, und dass man halt hier ein familiäres Klima hat im Team. Und was motiviert dich persönlich? Hier hat man ein gutes Angebot an Fort- und Weiterbildungen. Aber ich glaube, da kann die Schwester Sina die Stationsleitung mehr zu sagen. Vielleicht gehen wir da einfach mal hin. Ja, dann machen wir uns auf den Weg. Hey Sina. Hi Mark. Seit wann bist du denn hier? Ich arbeite seit 2015 hier im St. Marien Hospital. Und du bist jetzt schon Leitung? Ja, ich durfte nach einem Jahr mit dem Bachelor of Science im Gesundheitsmanagement anfangen. Und seit 2018 hatte ich jetzt hier die Station B4. Sehr gut. Und wie läuft's? Läuft gut. Mit ein bisschen Eigeninitiative und Engagement kann man hier einiges erreichen. Achso, wir sind ja noch gar nicht am Ende. Und wenn ihr mehr von uns erfahren wollt, schaut auf unsere Homepage. Oder auf Instagram unter Hashtag wir pflegen.